Hier präsentieren wir die 5 besten Fernglas-Tests. Lass uns anfangen. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Olympus Fernglas 8-16X40S. Sie suchen ein hochwertiges Fernglas. Dann schauen Sie sich unbedingt unsere Olympus Ferngläser an. Unsere Olympus Ferngläser sind perfekt für alle, die eine hochwertige Optik zu einem günstigen Preis suchen. Diese Ferngläser verfügen über einen leistungsstarken Vergrößerungsbericht von 8-16X, sodass Sie die Vergrößerung an die jeweilige Situation anpassen können. Das ergonomische Design macht es außerdem perfekt für lange Beobachtungen. Ganz gleich, ob Sie ein hochwertiges Fernglas für die Vogelbeobachtung suchen oder als Jäger auf der Suche nach der besten Optik sind, unsere Olympus Ferngläser sind perfekt für alle, die ein großartiges Fernglas suchen. Holen Sie sich das beste Fernglas auf dem Markt mit dem Olympus Fernglas. Nummer 4. Nikon Postaf 7-S. Sind Sie bereit, die Welt zu sehen, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben? Dann suchen Sie nicht weiter als unser Nikon Postaf 7-S-Fernglas. Ob Sie nun jagen, Vögel beobachten oder einfach nur die Natur genießen, unser Nikon Postaf 7-S-Fernglas ist genau das Richtige für Sie. Die mehrfach vergüteten Linsen und Prismen sorgen für eine überragende Bildqualität, sodass Sie hellere und klarere Bilder erhalten. Die phasenkorrigierte Vergütung verhindert zudem Blendungen und Reflexionen. Unsere Nikon Postaf 7-S-Ferngläser sind bis zu dreimal heller als herkömmliche Ferngläser. Mit einer 10-fachen Vergrößerung und einem Frontlinsendurchmesser von 30 mm ist es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Außerdem ist es sehr leicht, sodass Sie es problemlos überall hin mitnehmen können. Das Nikon Postaf 7-S 10X-30-Fernglas ist der perfekte Begleiter für die Jagd oder für Vor mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 Fernglas Testsieger 10X42 Sie suchen ein hochwertiges Fernglas. Dann ist unser neues Fernglas Testsieger 10X42 Hochleistungsvergrößerung, helles und klares Sichtfeld für unterwegs genau das Richtige. Dieses Fernglas ist unglaublich einfach zu bedienen und komfortabel. Mit der 10-fachen Vergrößerung und dem großen Seefeld können Sie Ihre Lieblingszinnen in allen Details sehen. Außerdem ist dieses Fernglas tragbar genug, um es überall hin mitzunehmen. Unsere Kunden liegen uns am Herzen und deshalb sind wir bestrebt, nur die besten Qualitätsprodukte anzubieten. Diese Ferngläser wurden als Testsieger S gezeichnet, sodass Sie sicher sein können, dass Sie von hoher Qualität sind. Genießen Sie Ihre Reise oder Besichtigung mit dem Fernglas Testsieger 10X42 Hochleistungsvergrößerung, helles und klares Sichtfeld für Reisen. Nummer 2 Unklehu registriertes Warenzeichen 20X50 Hochleistungs Sie suchen ein leistungsstarkes Fernglas. Dann sollten Sie sich unsere neuen Unklehu registriertes Warenzeichen 20X50 Ferngläser ansehen. Die Unklehu registriertes Warenzeichen 20X50 Ferngläser sind perfekt für Outdoor-Enthusiasten. Die 26 mm große Augenlinse sammelt mehr Licht als andere Ferngläser. Das bedeutet, dass Sie jederzeit eine klarere und hellere Sicht haben. Außerdem bietet der 50 mm Linsendurchmesser ein größeres Sichtfeld, sodass Sie mehr sehen können. Unsere Ferngläser sind die perfekte Wahl für Vogelbeobachtung, Jagd, Camping, Wandern, Sport und Sternbeobachtung. Mit der 20-fachen Vergrößerung können Sie bis zu 12.00 Meter weit sehen. Außerdem sind sie wasser- und nebelbeständig, sodass Sie sie in fast jeder Umgebung einsetzen können. Holen Sie sich das beste Fernglas für Outdoor, Sport, Sternenbeobachtung oder Jagd mit dem Unklehu. Und die Nummer 1 unserer Liste. Kainitec Fernglas 12X42. Sind Sie ein begeisterter Vogelbeobachter? Dann sollten Sie sich unbedingt unser Kainitec Fernglas 12X42 HD Compact Binoculars Waterproof for Bird Wedding, Hiking, Hunting, Safari, Travel ansehen. Kainitec Ferngläser sind die perfekten tragbaren Ferngläser für Wanderungen, Vogelbeobachtung, Jagd, Reisen und mehr. Mit der 12-fachen Vergrößerung können Sie leicht in die Ferne sehen und die 42mm Objektivlinse bietet ein großes Sichtfeld. Außerdem ist das Fernglas wasserdicht, beschlagfrei und stoßfest. Wir wissen, dass jeder Mensch andere Anforderungen an sein Fernglas hat, deshalb bieten wir eine große Auswahl an Vergrößerungen und Objektivgrößen. Kainitec Ferngläser sind ideal für alle, die ein tragbares Fernglas mit 12-facher Vergrößerung und 42mm Objektiv suchen. Genießen Sie die beste Sicht beim Wandern, Campen und bei der Vogelbeobachtung. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube Kanal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.